Wir kommen zu einem weiteren Bad, Let's Play, Uncharted 4, hier auf dieser krummischen Insel. Ja, und wir müssen zu dem seltsamen Berg. Da wartet wahrscheinlich unser Bruder Sam auf uns. Das ist hier. Aber wir können hier hoch. Ja. Wer da lang ist? So. Ah, nicht. Hier geht's weiter. 1 Teil der Abenteuerung 2 Teil der Abenteuerung 3 Teil der Abenteuerung 3 Teil der Abenteuerung Bravo jetzt entlang, das ist halt die Frage jetzt Alles absuchen. Ah, da rein, ist ein bisschen. Okay, aber dann wo lang? Ah, hier lang. Den habe ich übersehen. Oh, jetzt bin ich wieder dahin, wo ich zuvor ja schon war. Fehler von mir. Nochmal. Mal Anlauf nehmen, dann packen wir es auf jeden Fall. Glück gehabt. Der wäre beinahe eingestürzt. Das Spiel nochmal. Aber er will ihn im Moment gerade nicht so wirklich angivieren. Und jetzt. Oh, und ich springe natürlich mal wieder Grandi, wo es daneben. Okay. So, jetzt aber. Warum nicht gleich so? Da sind wir abgestürzt. Das erinnert alles so ein bisschen an Uncharted 2 Among Thieves, als wir damals an diesem Zug gingen. Das war ja so eine ähnliche Situation. Das wäre auch dauernd abgerutscht. Alles mögliche. Alles mögliche. Achso, hier lang? Nicht runterfallen, Nathan. Seid auf gar keinen Fall. Ah, da langtest du, ne? Was ist eine Aussicht? Ah, und unser Kumpel Brave ist auch wieder am Start. Ja, und wir sollten halt auch auf uns aufpassen. Aber wartet mal, Leute. Komm mit da. Okay, ne, da kommt ja nichts an. Also dann doch. Ah, doch, hat doch geklappt. Ah, das geht. Das ist bei Nathan Drake ist ja das immer so eine Gratwanderung. Ähm. Wohin jetzt? Von wo man sich runterfallen lassen kann und von wo nicht. Okay. Und da schwenkt er mal wieder Eiskalt daneben. Das ist auch so eine Gratwanderung. so ein bisschen, woher du mit ihm einen Haken schmecken kannst und woran nicht. Jetzt klappt's aber. Ah, nein Nathan. Das wollen wir nicht. Hier lang wollen wir nämlich. Und wir haben auch wieder einen Tagebueintrag. Keine Gnade mit Dieben. Das klappt aber jetzt alles hervorragend. Ah, hier haben wir im Nebenn im Nachhinein noch einen Platz gefunden. Und der sagt uns natürlich wieder, dass wir hier dadurch Punkte kriegen. Ich habe schon mehr Charakterpunkte, aber ich habe schon mehr Charakterpunkte so rum, als dass ich eigentlich freisch halten kann an Zeug. Jetzt habe ich mich in dieser komischen Höhle verlaufen und weiß nicht mehr wohin. Okay, hier ist nichts. Ach, da lang. Da kamen wir ja. There we go. Aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Frage der Frage. Ich würde ja sagen, wir müssen da irgendwie lang. Ja, hier kommen wir ja eigentlich her. Hier geht es nämlich auch nicht weiter. Ja. Da müssen wir jetzt da rüber. Nein, aber das kann eigentlich nicht sein. Das ist so weit. Das ist so weit. Wo haben wir denn denn? Hm, ja, da hinten waren wir drin. Aber guck mal, da geht es noch weiter. Ah, nicht. Hier haben wir klopfen. Ich habe es gefunden. Jupp. Das macht Sinn. Aber im Prinzip muss es hier irgendwo sein. Und das, denke ich, finden wir dann auch im nächsten Part. Weil, ähm, was soll man hier noch lange rumsuchen? Ähm, ich muss mal gucken, wo es weitergeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt, mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.